Ich habe jetzt die beiden Griffeinschübe fertig geflochten, in der Schicht, in der zweiten Schicht drin und jetzt als nächstes flechte ich zwei Reinkimmen und dann zum Schluss kommt der Handmann-V. Für die zwei Reinkimmen setze ich jemals an den gegenüberliegenden Seiten mit drei Beiden an. Ich schneide jetzt ein bisschen die Spitzen ab, die sind etwas zurück. Vielen Dank. Das war's. Und jetzt hier auf der Seite setze ich auch mit den Spitzen der Beine an. Das war's. Und jetzt flechte ich die Stammende so weit ab, bis das Beine verendet ist. Und dann kann ich nochmal mit den Stammenden die Weizen neu ansetzen. Okay. 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 Auf der Seite setze ich jetzt mit den Stammweilen nochmal an. Okay. 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 So, wir können auch zwei Runden gekloffen haben. Und natürlich auch, die anderen Schlaufer auch. Ganz wichtig ist jetzt, dass wir die Kimmel leicht mäßig herunterklopfen. Und natürlich hier aufpassen, dass wir nicht zu stark klopfen. Wir können auch hier nochmal von unten, ein bisschen nacken. Nun kann ich den Rand flächen. Der Rand ist so der übliche Rand, die Schlagzahl vor 3 hinter 2. Dafür knicke ich wieder insgesamt 5 Weiden in anderthalb Materialstarken an und lege die ersten 4 starken hinter 2 nach rechts unten. Bevor ich mit dem eigentlichen Muster vor 3 hinter 2 anfangen kann. Vor 3 und hinter 2. Vor 3 und hinter 2. Und jetzt sind wir ja hier am Eckstab. Den können wir jetzt verschieden bedienen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige und wähle jetzt einmal folgende. Ich knicke hier diese Weide, diese starke, hinter 1 daneben. So, jetzt legen diese 3 parallel, diese Weiden, diese starken Fläche, das dort rein. Und ziehe diese starke neben diese gelegte Weide. So, jetzt nehme ich eine starke und die vordere starke des nächsten Pärchens. Und lege hier diese starke über diese anderen Weiden herüber. Da müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig schlechten, dass uns da die starke nicht bricht, wenn wir diesen sehr engen Weg legen. So, und jetzt wieder hinter 2 nehme ich die vordere starke. Vor 3 und hinter 2. Vor 3 und hinter 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 6. 7. 7. 8. 10. 7. 11. Das war's. 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 Das war's.